Hi, Penn am Auto hier. Mein Name ist Tobias, ich lebe seit über zwei Jahren in meinem selbst gebauten Stealth Camper und im heutigen Video geht es um Parkplätze. Wie findet man wunderschöne Parkplätze? Welche Methoden gibt es? Wie gut funktionieren die einzelnen Methoden? Wie sicher sind die einzelnen Parkplätze? Und auch in welchen Ländern lässt es sich am besten parken? Vorher noch ein klitzekleines Update zu der aktuellen Reise. Ich bin immer noch an der griechischen Küste, habe die letzte Woche echt die ganze Zeit nur am Strand verbracht, weil ich Lust hatte viel zu arbeiten. Ja, manchmal ist das so. Bei den schönen Strandspaziergängen kann man dann schön ausklingen. Ich habe mir Hundeleckerlis an meinen Fahrersitz getan, um die Hunde an der Straße immer füttern zu können. Das hat Spaß gemacht. Ich habe wunderschöne Tiere unterwegs gesehen und auch unglaubliche Landschaften. An einem Strand habe ich auch acht wundervolle Menschen kennengelernt, mit denen ich bis ein Uhr nachts gequatscht habe. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich wegen der Arbeit noch mehr unter Druck gesetzt gefühlt habe. Ist nicht viel zu erzählen, aber ich denke, dass in diesem Video genug passieren wird. Ich bin jetzt seit vier Monaten unterwegs, fahre jetzt noch die griechische Küste entlang bis zur Türkei, rehe dann um und fahre dann über Albanien rüber nach Italien mit einer Fähre. Dann geht es auch schon nach Hause. Gut, und anstatt großartig rumzulabern, fangen wir einfach direkt mal an. Die erste Methode ist ganz klar Park4Night. Ich habe mir auch die Pro-Version geholt. Da kann man dann die Parkplätze nach Rating sortieren und da findet man immer super coole Parkplätze, die auch vorher schon von anderen Campern getestet wurden und das gucken wir uns direkt mal an. Park4Night und da haben wir meinen aktuellen Stellplatz. Um nochmal raus zu zoomen, da ist Griechenland und da stehe ich gerade. Gucken wir uns das mal an. Sieht ja genauso aus wie hier, klar. Manchmal variieren die Bilder ein bisschen vom Wetter her. Ja, das kann ich bestätigen, so einen Sonnenuntergang gibt es hier. Schauen wir uns das alles nochmal live an. Wunderbar. Was ich immer noch ganz gerne mache, ist halt die Kommentare anzugucken und zwar nicht nur die guten, sondern auch die schlechten. Leider ist der Strand total vermüllt. Stimmt. Ich habe natürlich den absolut genialen IQ-Move gemacht, dass ich mich so hingestellt habe, dass der Müll auf der anderen Seite ist. Dafür lese ich dann eben gerne die negativen Kommentare durch. Schauen wir mal weiter. Sehr viel Müll, Seegras am Strand, es stinkt fürchterlich nachts. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe jetzt bereits einmal übernachtet. Ja, der bestätigt nochmal Müll und sagt, dass es ansonsten sehr ruhig ist und das entspricht den Tatsachen. Ich gebe jetzt auch noch meinen Kommentar ab, volle Punktzahl. So, normalerweise schreibe ich da noch irgendwelche Tipps rein, die zukünftigen Campern irgendwie helfen könnten. Jedoch gibt es hier einfach gar nichts. Man kann hier keine Tipps geben. Man kann hier schwimmen gehen, das ist ja alles ziemlich offensichtlich. Und so schicke ich das jetzt einfach ab. Was wir jetzt machen müssen, ist den nächsten Parkplatz finden. Wo ich tatsächlich hin möchte, ist Thessaloniki. Man kann bei Park von Eidfelde einstellen. Ich habe zum Beispiel kostenlose Parkplätze auch auf Privatgrundstücken. Da kann man dann die Leute nachfragen, ob man da stehen darf oder oftmals sind das Restaurants, die einen übernachten lassen, wenn man sich da eine Suppe holt oder so. Hier kann man auch die Dienstleistung auswählen. WLAN, Internetzugang, sehr interessant für manche Leute. Toilettenentsorgung für die Camper, sehr interessant. Aber auch Duschen oder Wäscheservice kann man sich da anzeigen lassen. Also alles, was das Camperherz begehrt. Meine wichtigste Einstellung momentan ist, ich lasse mir nur Parkplätze anzeigen, die mindestens 4 von 5 Sternen haben. Und das sind in Thessaloniki diese hier. 3 Kommentare, 4 Sterne. 1 Kommentar, 5 Sterne. 24 Kommentare, 4 Sterne. Das scheint an einer gewöhnlichen Straße zu sein. Das ist okay. Nur da fahren immer die Autos direkt dran vorbei. Wenn ihr an der Straße steht, dann achtet darauf, dass ihr nicht direkt an einer Kreuzung steht, weil die Autos halten dann an. Beschleunigen und dann sind die besonders laut. Und das habt ihr dann den ganzen Tag und mehrmals nachts in der Regel. Parkplätze unter Bäumen. Kriegsmuseum. Wasserhahn. Okay. Suche ich mal nach schlechten Kommentaren mal wieder. Die sind alle gut, alle gut, alle gut. Komm, ist nie was passiert. Da, nahezu hoffnungslos hier einen Platz zu finden. Aha, okay. Wir haben momentan 11.50 Uhr. Es ist Mittwoch, also wird da wahrscheinlich alles voll sein. Fahrzeuge sollten nicht größer als ein VW-Bus sein. Komplett zugeparkt. Sehr interessant. Zwei Sterne auf Französisch übersetzen lassen. Chance, einen Ort zu finden. Vorsicht vor den kleinen Straßen. Lader keine Chance, einen Platz zu finden. Ansonsten sehr gute Kommentare. Also werde ich den nehmen. Gut. Fahren wir da mal hin, ne? So, und bevor man losfährt, muss man erstmal aufräumen. Es gibt die ungeschriebene Regel, dass man, nachdem man irgendwo gecampt hat, auf gar keinen Fall irgendwelche Spuren hinterlässt. Runter damit, zuschütten. So, das Feuernetz ist eingepackt. Wenn ich jetzt noch irgendwie Restfeuerholz hätte, dann würde ich das an die Seite schieben. Man sieht das hin und wieder. Das ist immer Ultranet, wenn man hinkommt und bereits Feuerholz bereit liegt. Mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Hallo. Hey. You want to drive here? Okay. Ach, erster Mensch, den ich treffe. Guck mal, das ist so ein Angler. Bye-bye. Ja, so, da wären wir. Ja, hier ist viel Sonne, diese Bäume sind weg, aber es ist relativ zentral in der Stadt. Oh, das scheint ein anderer Camper zu sein dort. Ich schaue mal, dass ich hier einen Platz finde und dann schaue ich mir den Parkplatz nochmal von außen ganz genau an. Ja, das ist ein Camper. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Ja, das ist halt ein Parkplatz in der Stadt. Ich stehe jetzt ziemlich nah an der Kreuzung. Da werde ich mir mal morgen berichten, ob es mir auf die Nerven gegangen ist, dass hier so viele Autos durchbeschleunigt haben. Ja, schaut mal, noch ein weiterer Camper. Des Weiteren werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen entspannen und dann mal in die Stadt gehen und gucken, wie lange brauche ich in die Stadt. So, und von der Geräuschekulisse hält sich das ja alles auch im Rahmen. Hier ist natürlich nichts mit Tür aufmachen und Campingstühle rausstellen und das Feuer machen oder sowas. Aber das ist okay. Schließlich habe ich mir einen Stealth Camper gebaut und ich habe alles hier drin, was ich brauche. Und abgesehen von den Punkten gibt es keine weiteren Unterschiede zu so einem Parkplatz da draußen. So, los geht's. Lichter aus. Hier draußen ist es deutlich lauter. Laut Karte sind das zwei Kilometer in diese Richtung. So, Thessaloniki-Zentrum, keine 20 Minuten. Ich habe viel getrödelt, insgesamt fast 40 Minuten gebraucht. Es gibt hier einfach zu viel zu entdecken. Na gut, dann watschle ich jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Es geht dann zum Auto zurück. Und angesichts dessen, dass es hier im Zentrum so viel Action und so viel Verkehr gibt, finde ich den Parkplatz ziemlich gut. Schön in einer ruhigen Ecke, 15 bis 20 Minuten entfernt. Ja, das ist top. Das ist echt top für so eine Stadt. Wer bist du denn? Allgern. So, meine Schoko-Häschen, die Sonne verschwindet so langsam. Unten an der Küste gibt es Geschäfte, die bis vorne hin führen. Also der Parkplatz ist echt top. Ich käme nicht auf die Idee, mir hier ein Hotelzimmer zu nehmen. Auf gar keinen Fall. Ich werde jetzt noch ein bisschen was arbeiten und mich bettfertig machen danach. Und ich weiß zwar nicht, ob die Nachbarn hier über Nacht bleiben wollen, aber ich werde das auf jeden Fall machen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein Problem sein könnte, wenn es jetzt tagsüber, selbst zur Rushhour, relativ ruhig war. Da wird es nachts über auf jeden Fall sehr ruhig sein. Okay. Irgendwann später. Einmal ein klitzekleines Update. Es ist 10 Uhr abends. Ich mache mal alle Lichter aus und guck mal raus. Ah, ist schön ruhig hier, ne? Da ist ein Taxifahrer, der irgendeinen Passagier einpackt. Links hinter mir im Rückspiegel sieht man, das ist eine fette Leuchte, weil ich habe heute rausgefunden, dass das dort Militärgebiet ist. Und weiter links hinten ist ein Militärmuseum, zu denen ich morgen früh auf jeden Fall hingehe. Ich habe mit denen schon gequatscht. Vier Euro, morgen früh bin ich da. Hier fährt ein Auto lang, alles ist ruhig. Ja, ich werde zu langsam müde. Der Parkplatz gefällt mir sehr. Ich fühle mich sehr sicher durch die Militäranlage. Wenn ich jetzt nicht müde wäre, dann würde ich tatsächlich hier noch spazieren gehen. Das ist das Beste abends. Gut, wir hören morgen voneinander. Bis denne. Ah, guten Morgen. Ich habe grandios geschlafen. Einmal rausgucken. Hallo. Also abends habe ich noch so Harley Motorräder rumfahren hören. Geschlafen habe ich ohne Unterbrechung und morgens war deutlich diese viel befahrene Straße zu hören. Was mich überrascht ist, dass ich gar nicht so sehr wach wurde von den Autos, die hier anhalten und dann losbeschleunigen. Ja, top. Mir gefällt der Parkplatz. Der kriegt auf jeden Fall die volle Bewertung. So, das heißt, ich mache mich fertig für den Tag. Ich werde dann auch direkt hier vor Ort arbeiten. Dann das Militärmuseum auf jeden Fall besuchen. Da bin ich sehr gespannt. Und dann geht es weiter. Dann fahre ich wieder an den Strand. Hier bei so einem Parkplatz in der Stadt ist es natürlich nicht möglich, irgendwie den Campingstuhl rauszustellen und sich mit einem Laptop dahin zu stellen. Auch ein Militärfahrzeug. Den sollte ich vielleicht nicht zeigen. Aber was ich halt für mich rausgefunden habe, ist, dass man schon die Seitentür einfach nur so einen Spalt aufmachen kann. Das lüftet auch das Auto. Es reißt auch niemand die Tür auf oder sowas. Das hatte ich noch nie. Okay, einmal hatte ich, dass die Tür aufgerissen wurde, aber das war ein anderer Camper, den ich auch kannte. Aber ansonsten, das gestaltet sich auch als gar kein Problem. Ja, dann lege ich mal los. Bin danach im Militärmuseum und dann suche ich direkt den nächsten Parkplatz und dann geht es weiter. Die Nachbarkamper sind übrigens tatsächlich auch noch da, die nebenan stehen. Ich habe sie gestern Abend nicht gesehen, heute Morgen auch nicht. Jetzt die ganze Zeit auch nicht. Ich schätze mal, die haben hier irgendwo ein Hotel in der Nähe. Das machen die Leute öfters so. In Prag habe ich mich das erste Mal mit jemanden unterhalten. Die haben ihren Camper rund einen Kilometer von der Stadt entfernt hingestellt und dann ein Hotel genommen, das einen weiteren Kilometer vom Camper entfernt ist. So hatten sie dann immer eine Zwischenstation. Das war sehr angenehm für die. Eigentlich eine ziemlich gute Idee. So kann man das auch machen, aber ich selber habe noch nie ein Hotelzimmer genommen. Das werde ich auch nicht ausprobieren. Ist ja das langweiligste der Welt. Militärmuseum. Ich komme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, neunzig, sechs, neunzig, sieben, neunzig, 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 unglaublich. Exakt 200 Schritte. Wie immer Park4night, top. So, jetzt habe ich auf Park4night noch einen Parkplatz gefunden, der sehr schlecht bewertet ist, weil dort ständig Autos aufgeknackt werden und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und zwar habe ich bei Google Maps hier so eine schöne Spitze gefunden. Da dachte ich mir, hey, hier will ich übernachten. Mal gucken, ob es da was bei Park4night gibt. Ja, das gibt es. Und hier haben wir es im Kommentar. Nicht Parken Einbruch. Haben gegen das Auto getreten und gucken, ob eine Alarmanlage da ist. Hier schreibt einer von organisierter Kriminalität. Ja, perfekt. Das schauen wir uns doch mal an. So, da wären wir. Also Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sehe hier niemanden, der mich beobachtet. Da vorne ist ein Angler. Ich sehe hier auch keine Glassplitte auf dem Boden. Alle scheinen friedvoll zu sein. Sieht mir sicher aus. Ich denke, ich stelle mich kurz hier hin und mache mir was zu essen. Und guck mal, vielleicht passiert hier ja noch was. Aber dieser Parkplatz ist typisch Park4night der absolute Oberhammer. Ich gehe jetzt noch mal kurz raus und gucke mir das von Nahen an. Hier haben wir einen Schiffswrack direkt am Strand. In Deutschland, in Schillich, gibt es auch einen, da kann man hinlatschen, wenn eine Ebbe da ist. Ich habe leider meine GoPro nicht dabei, dann würde ich dorthin schwimmen. Das ist natürlich auch ziemlich traumhaft sowas. Ich gehe jetzt noch zur Spitze von dem Strand. Aber schau mal, genau hier am Ende. Hier haben wir kleine Glassplitter von den Autos. Das ist die Spitze des Strandes, schön mit den Olymp im Hintergrund. Er ist schon echt abgefahren. Es ist alles schön und gut. Ich habe kurz überlegt, hier zu übernachten, aber ich werde das sein lassen. Ich wollte ja ursprünglich den nächsten Parkplatz per Google Maps suchen, also per Satellitenbilder quasi. Mal gucken, wie das funktioniert. Die Einbrüche, von denen wir da gelesen haben, die kommen wahrscheinlich sehr selten vor. Nur bewertet ja nicht jeder sofort jeden Parkplatz, außer es wurde eingebrochen. Wir sind jetzt auch in der Nebensaison. Die Kommentare, die dort gepostet wurden, die sind im September und November gepostet worden. Naja, ich packe auf jeden Fall jetzt die Sachen und suche mir meinen nächsten Parkplatz raus. Das ist auch sensationell, mit Kind und Kegel alles dabei. Das kommt auch öfters vor. Da muss man sich dann halt größere Parkplätze heraussuchen, wo dann alle hinpassen und man sich schön sortiert hinstellen kann. So, und zwar, was nehmen wir denn Schönes? Hier sind wir gerade. Gehen wir so ungefähr 50 Kilometer Richtung Osten. Da einfach diese Bucht nehme ich. Da sind Häuser. Auf Häuser habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Wäre natürlich tolle. Was ist das denn hier zum Beispiel? Ja, das ist eindeutig ein Parkplatz. Das wäre gar kein Problem. Hier könnte ich mich hinstellen. Kann man von der Straße abfahren, noch ein bisschen südlich runter. Hat hier dann auf jeden Fall seine Ruhe. Ich glaube nicht, dass die Büsche hoch genug sind, dass man vor der Straße versteckt ist. Da muss man abschätzen, ob diese Straße viel befahren ist. Aber ich glaube, das ist okay. Bei solchen Sachen kommt es dann immer darauf an, in welchem Land man ist. Dazu erzähle ich dann am Ende des Videos auch noch mehr. Aber ich denke, hier in Griechenland dürfte das kein Problem sein. Ich gehe immer davon aus, dass man auf den Parkplätzen, die man bei Google Maps heraussucht, möglicherweise auf ein paar kleine Probleme stoßen könnte. Wie zum Beispiel, wenn das ein Privatgrundstück ist oder dass es dort viele Bienennester gibt, wo man deswegen dort nicht bleiben kann. Aber oftmals sind die Google Maps Parkplätze auch tatsächlich echt gut. Also, los geht's. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Man sieht draußen mittlerweile gar nichts mehr. Mal schauen, ob nachts irgendwie Ranger oder Polizei... Boah, das hat sich gut angehört. Oder ob die Polizei vorbeikommt und mich wegscheucht. Ich bin aber auch fertig. Ich bin es echt nicht gewohnt, so lang zu fahren. Eigentlich fahre ich auch immer so eine Stunde und dann bleibe ich für drei Tage an der Stelle. Ja, von der Lautstärke ist das total gut hier. Da fährt ein Auto vorbei. Das hört man nur minimal. Die Wellen höre ich auch nicht, was stören kann. Aber hier ist es echt ideal. Ja, ich wäre nicht der Penner im Auto, wenn ich nicht pennen gehen würde. Ja, bin ich mal gespannt. So, morgen meine Schokohäschen. Die Nacht war super. Ich habe hier bombastisch geschlafen. Das liegt daran, weil ich wusste, dass das kein üblicher Park-for-Night-Parkplatz ist, wo dann Leute vorbeikommen. Und dass ich wusste, dass ich hier einfach komplett alleine sein werde. So, ich bin schon gespannt, wie es hier draußen aussieht. Da sieht man schon Reifen auf dem Boden. Hier ist überall Müll. Bei den Google Maps Parkplätzen, da weiß man halt nicht, was man bekommt. Ich glaube nicht, dass dieses Sofa hier steht, um es sich bequem zu machen, sondern dass hier Müll abgeladen wurde. Und voila, das sieht ganz danach aus. Die Aussicht ist trotzdem schön. Gehen wir mal zur Straße. Heute Morgen wurde ich ein bisschen von der Straße wach. Hier fährt so ungefähr alle zwei Minuten Auto vorbei, wie jetzt zum Beispiel. Aber der Wald hier, wow, der Wald ist schön. Das sieht ja echt cool aus. Ich muss mal gleich auf Google Maps und auf OSM nachschauen, ob es hier irgendwelche coolen Wanderwege gibt. Dann gehe ich die gleich noch. Ups, soll ich mal kurz hier reinspringen, wow. Boah, und wie das hier riecht. Ich weiß, wer heute Feuer machen wird. Perfekt. Und siehe da, ein Bienenkasten. Oder wie die auch immer heißen, ich weiß das gar nicht. Ah, und hier geht es auch zur Küste. Ich werde da jetzt nicht runtergehen, weil ich nur meine Schlappen an habe. Ja, und das ist der Parkplatz. Ich werde mir jetzt eine Stelle suchen, wo ich ein schönes Feuerchen machen könnte. Ich denke, das mache ich hier mit einem Hocker. Und dann spaziere ich dorthin und gucke, ob man hier irgendwie wandern kann. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, im Gegensatz zur Stadt, ich kann hier einfach alles offen lassen. Hier kommt ja eh gar keiner vorbei. Suchen wir mal den nächsten Parkplatz. Diesmal per Osmand Open Street Map. Da bin ich aktuell. Ich markiere den Parkplatz als erfolgreich gecampt und suche mir einfach die nächste Stelle raus. Bei Open Street Map sollte man wissen, dass das das Wikipedia der Karten ist und hier alles eingetragen ist. Selbst Sitzbänke und Mülltonnen findet man hier, was einen am Anfang ein bisschen überfordern kann. Hier habe ich zum Beispiel einen Parkplatz. Der scheint in einem Dorf sein mit einem Fluss, der da durchgeht. Jetzt kann ich auf den Parkplatz draufgehen und mir auch anzeigen lassen, ob dieser als kostenpflichtig oder gratis notiert wurde. Wie ich gerade auch sehe, ist hier auch direkt eine Dusche nebenan. Also hier auf der Karte ist wirklich übertrieben viel eingetragen. Man kann auch selber Sachen dazu beitragen, wie bei Wikipedia halt selber auch. Hier ist ein Naturschutzgebiet eingezeichnet. Da kann man dann zum Beispiel durch diese Wege wandern gehen. Hier ist noch in blau ein offizieller Wanderweg eingezeichnet. Die sind meistens mega gut. Und ja, ich würde sagen, dass ich den hier als nächsten Parkplatz nehme. So, los geht's. Ab auf die Pferde. Ich habe grandios geschlafen. Ich danke dir vielmals Parkplatz. So, Lidl Parkplätze oder Parkplätze von Supermärkten allgemein. Das würde ich nicht empfehlen. Ich habe das in Auschwitz mal gemacht, dass ich tagsüber an so einem Parkplatz stand. Man kann auch übernachten, das wäre kein Problem. Jedoch hört man besonders aus Amerika immer wieder, dass die Parkplätze dann leergeräumt werden. Man sieht öfters auch Schilder am Eingang der Parkplätze, dass man nur bis 22 Uhr abends stehen darf. Also die sind sich schon dessen bewusst, dass manche Leute hier an solchen Parkplätzen auch übernachten. Deswegen würde ich nicht empfehlen. Ist im Notfall natürlich eine Option. Aber schön ist anders. Aber abgesehen von den Supermarktparkplatz habe ich in dem Lidl gerade eine nette Dame gefunden, die mir persönlich einen Parkplatz empfohlen hat. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Parkplätze zu finden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo nochmal. Welcher Strand war das nochmal? Ich habe den jetzt nicht gefunden. Den vom Rathaus? Genau. Hier geht es um vier Meter. Ja. Und hier ist Amoff Beach. Okay. Super. Vielleicht sieht man sich hier. Ja. Die parken hier sogar mitten auf dem Kreisverkehr. Unglaublich. So, meine Lieben. Das ist er. Das ist der persönlich empfohlene Parkplatz. Hervorragend. Wie man sieht, bin ich hier komplett alleine. Es gibt auch Mülltonnen in der Nähe. Aber die Aussicht ist schon nicht schlecht. Dort mit den Klippen dort hinten und alles. Also ich selber würde den Parkplatz hier als ziemlich gut bewerten. Der Strand sieht auch hervorragend aus. Der Sand ist ganz fein. Das sieht man nicht allzu oft in Griechenland. Aber ja, so kann es natürlich auch gehen. Einfach persönlich mit jemandem sprechen. Die Leute, die vor Ort leben, die kennen die ganzen Insider-Tipps. Und sowas hier kommt dann halt bei raus. Traumhaft. Einziges Manko ist halt eben, ist halt diese kleine Hürde, dass man halt mit Leuten in Kontakt stehen muss, um sowas zu finden. Ja, ich hoffe, ich konnte damit verdeutlichen. Persönliche Empfehlungen. Weiter geht's. Zielparkplatz 155 erreicht. Voila. Hier so halb unter die Bäume. Ist auch ganz nett. Schön am Strand. Ist jetzt leider an einer viel befahrenen Straße. Die Gegend hier sieht ja auch nicht besonders toll aus. Diese Seite ist wunderschön. Hier werde ich auf jeden Fall Fotos von machen. Und ich denke, ich gehe raus. Es wird draußen sehr laut und windig sein. Aber mich interessiert wirklich, ob die Dusche tatsächlich hier ist. Ah, ich schätze mal, die Dusche war eigentlich hier. Und das wird gerade neu gebaut. Dort hinten sind ein paar Angler. Das Wasser sieht gut aus. Der Sand ist sehr fein, was mich überrascht. Aber man sieht hier schon, es fängt gleich an zu regnen. Also gehe ich wieder ins Auto zurück. Ja, und diese Seite hier ist echt schön. Bei OSM ist es halt immer auch so eine kleine Glückssache. Der klare Vorteil von OSM ist, dass man schnell an den unmöglichsten Stellen Parkplätze findet. Weil die Leute tragen dort Parkplätze ein, die manchmal sehr gut versteckt sind. Ich empfehle dann OSM immer noch mit Google Maps, mit den Satellitenbildern zu kombinieren. Dass man sich ein besseres Bild davon machen kann. Ich kann das halt dann einfach mit Google Maps teilen. Und dann habe ich sofort die Satellitenbilder der Umgebung da. Und da ahnt man auch schon, dass es sich hierbei um ein Industriegebiet handelt. Habe ich jetzt vorher nicht gemacht, um einfach den Testeffekt zu haben. Ja, top. Mal gucken, was heute passiert. Und bin schon sehr gespannt, was diese Ecke hier so zu bieten hat. Ja, da bin ich aber gestern ordentlich weggepennt. Die Wellen machen kontinuierliche Rauschgeräusche. Bei dem Rauschen schlafe ich bombastisch. Wie die Geräuschkulisse ist, kann man auf der Karte leider nicht erkennen. Was ich hier aber vermute zu erkennen, ist, dass es hier in der Umgebung einfach nichts zu entdecken gibt. Aber ich will auf jeden Fall überprüfen, ob man die Karte richtig deuten kann. Ja, wow, das ist natürlich der absolute Hammer, wenn man die Tür aufmacht und sowas sieht. Das kommt erstmal direkt in den WhatsApp-Status. Ja, also die Straße ist natürlich sehr nah am Parkplatz gelegen, aber nachts über kamen gar keine Autos vorbei. Auch tagsüber habe ich das Gefühl, dass hier weniger Autos vorbeifahren als bei der Stelle, die ich mir ein paar Google Maps herausgesucht habe. Aber das kann man natürlich nicht an den Karten erkennen, sondern das ist ein absoluter Zufall. Ein paar Ferienwohnungen hier, ein schickes Häuschen. Da oben läuft die Autobahn entlang, die wir auf der Karte gesehen haben. Also im Großen und Ganzen eher so ein kleines ruhiges Eckchen. Ja, OpenStreetMap eignet sich eigentlich eher dazu, dass man im Notfall irgendeinen Parkplatz findet oder eine Mülltonne oder... Was tanzt du denn so? Oder dass man halt einen Parkplatz in der Nähe von irgendeiner Attraktion findet, wenn man zum Beispiel in den Europa-Park will. Das Gute ist, dass bei OpenStreetMap jeder etwas eintragen kann und das tun dann vorzugsweise die örtlichen Personen, die dort leben und die wissen auch, was einfach als Parkplatz akzeptiert ist. Ob man jetzt hier stehen darf oder nicht, kann ich jetzt nicht wissen. Wäre das jedoch bei OpenStreetMap als Parkplatz eingetragen, dann würde ich mich skrupellos dorthin stellen. So, für mich geht es jetzt zurück zum Strand, dann zurück zum Auto. Danach testen wir noch die allerletzte Möglichkeit. Und zwar, wie ist es, einen Parkplatz komplett planlos zu suchen. Einfach an einer zufälligen Stelle in irgendwelche Straßen einzubiegen und zu versuchen, dort zu übernachten. So, dafür nehme ich einfach mein Telefon und setze den Timer auf, wo haben wir hier eine Zahl, 030, 30 Minuten, Start. So, wenn es klingelt, dann versuche ich einfach schnellstmöglich einen Parkplatz zu finden. Das ist schon irgendwie witzig. Ich versuche einfach Richtung Osten zu fahren und benutze meinen Kompass dafür. Das habe ich noch nie so gemacht. Ja, wir haben es verstanden. Ich halte hier nur kurz an, um den Wecker auszumachen. Also fahre ich weiter und suche dann den nächsten Stopp. Eine Minute später bin ich hier seitlich so einen Feldweg reingefahren. Ich habe das Gefühl, dass hier regelmäßig Autos vorbeifahren. Also geht es jetzt da weiter. Ich glaube, ich habe eine richtig gute Stelle gefunden. Es sind jetzt zwei Minuten vergangen. Den Weg bin ich noch bis dort hinten hingefahren. Warum ich nicht weiterfahren konnte, war, weil die Straße hier aufhört. Und weil irgendein Imker hier seine Honigkartons hingestellt hat. Aber abgesehen davon ist das doch ein ganz schickes Plätzchen hier. Das soll halt einfach nur den Notfall repräsentieren, wenn man sich irgendwo hinstellt. Abhängig ist es dann natürlich auch, was für ein Fahrzeug man hat. Mit einem Stealthcamper ist die ganze Geschichte ziemlich leicht. Auf die Karte habe ich natürlich nicht geguckt. Ist irgendwie so ein kleines Abenteuer, hier die Umgebung per Fuß zu erforschen. Ach, sauber. Gibt es ein kleines Dörfchen in der Nähe. Und natürlich auch die obligatorische Kirche. Boah, ich dachte, ich stehe irgendwo in der Pampa. Wir sind keine zehn Minuten vom Auto entfernt. Ja, typisch Griechenland. Natürlich eine Wahnsinns-Aussicht. Da ist das Dorf. Ich gehe jetzt noch auf den Berg. Das Auto steht auf der anderen Seite des Hügels. Du weißt, genau da ist das Auto. Hammer. Ich bin ein bisschen überrascht, dass da direkt ein Dorf auf der anderen Seite des Berges oder des Hügels ist. Da gab es auch Restaurants und man konnte sich Wasser ziehen. Ja, und es ist halt immer Zufall, wo man sich hinstellt. Aber dass man ein Dorf antrifft, kommt eigentlich gar nicht so selten vor. Auch in Deutschland. Von daher ist dieser Parkplatz auch super repräsentativ für einen normalen, wilden Parkplatz, den man irgendwo findet. Das erinnert mich an Südfrankreich kurz vor den Alpen. Ja, eine weitere Möglichkeit wäre es, noch einen Campingplatz anzusteuern. Man kann sich das halt denken, wie das ist. Hier in der Nähe gibt es leider auch keinen Campingplatz. Deswegen lassen wir das einfach mal weg. Es ist auch so, dass Vanlife in der ursprünglichen Form eigentlich gar nicht auf Campingplätzen stattfindet, sondern dass man da immer wild campt. Ja, und das sind sie. Die Methoden, um Parkplätze zu finden. Krieg der Parkplätze. Um das nochmal schnell zusammenzufassen. Klare Nummer eins ist Park4Night. Das hört man aber auch von allen möglichen Leuten. Man hat die Möglichkeit, sich zu sozialisieren, andere Leute zu treffen. Besonders wertvoll sind natürlich die Kommentare. So hat man vorher die größte Chance herauszufinden, womit man es da zu tun hat, bevor man noch hinfährt. Oder auch wenn man einfach nur in der Wildnis alleine stehen will, ist Park4Night so ziemlich die beste Option. Dann am zweitbeliebtesten, was man auch regelmäßig hört, ist, dass die Leute Google Maps benutzen. Ich selber bin kein Fan davon, weil es auch immer so ein bisschen schwer ist, die Satellitenbilder richtig zu deuten. Man weiß nicht, ob die Stelle an der Straße einfach nur eine Bucht ist, damit man dem Gegenverkehr ausweichen kann oder ob man da tatsächlich parken kann. Da bevorzuge ich tatsächlich OpenStreetMap, da es in der Regel von den örtlichen Mappern gepflegt wird und man dort eine Überflutung an Informationen kriegen kann über die jeweiligen Orte. Besonders wenn man in der Nähe einer Attraktion stehen will, habe ich bei OpenStreetMap hervorragende Parkplätze gefunden. Weil an den typischen Attraktionen regelmäßig Camper stehen und manchmal die Einwohner etwas dagegen haben und Schilder aufstellen oder so. Aber keiner der Camper richtet sich nach OpenStreetMap. So geht man den Einwohnern auch nicht auf den Senkel, damit wenn da einmal ein Auto steht. Eine weitere Option gibt es noch, die Einwohner selber anzuquatschen. Ist natürlich etwas umständlich, aber da kriegt man die richtig heißen Informationen von. Ich hatte in diesem Video das Glück, dass ich mit der Frau, mit der ich gesprochen habe, die hat Urlaubsapartments vermietet. Also sie kommt direkt aus dieser Urlaubsbranche und kann sie sich da super aus. Das hat man ja gesehen, was für einen tollen Strand sie empfohlen hat. Aber auch sonst kriegt man gute Parkplätze und auch alle Attraktionen und schöne Orte als Empfehlung von den Leuten. Und zu guter Letzt hätten wir das Notfallwildcampen wie jetzt. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Das gefällt mir jetzt gerade so sehr, dass ich glaube, dass ich das öfters mache. Das hat ein bisschen Abenteuerfeeling. Aber da ist es dann natürlich besonders davon abhängig, in welchem Land man ist und was für ein Fahrzeug man hat. Und dazu möchte ich jetzt auch sofort kommen. Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, zum Thema Stealth Camper. Stealth Camper bedeutet, dass man nicht ad hoc erkennt, dass ich ein Campingfahrzeug habe. Für mich ein ganz klarer Vorteil. Deswegen habe ich mir auch einen Stealth Camper geholt. Und ich freue mich schon auf das Video, das ich dazu machen kann, weil da gibt es massig Informationen zu. Besonders dankbar war ich jetzt in ein paar Balkanländern, durch die ich durchgefahren bin. Womit ich jetzt auch direkt zum Thema Länder rüber schwanken will. Und zwar fangen wir mit Deutschland an. In Deutschland ist das Camping per se nicht erlaubt. Campen bedeutet in Deutschland, dass man einen Stuhl oder einen Tisch rausstellt. Auch wenn man alleine schon einen Hocker vor das Auto stellt, das zählt rechtlich gesehen schon als Camping. Natürlich wird das nicht immer knallhart durchgezogen. Jedoch habe ich mich anhand dieser Richtlinien beim Bau des Fahrzeugs orientiert. Frankreich zum Beispiel ist da anders. Da kann man stehen und tun und lassen, was man will. Dass das Campen nicht nur erlaubt, sondern man ist sogar willkommen als Camper. Eine ganz andere Mentalität wie zum Beispiel Slowenien. Das war das erste Land, wo sie wirklich rabiat gegen Camper vorgegangen sind. Was ich da ein bisschen schade finde. Kroatien gilt eigentlich auch als einer der Länder, wo sie die Camper jagen. Ich persönlich fand es da jetzt etwas entspannter als in Slowenien. Also was ich da in den Park4Night in den Kommentaren gelesen habe. Wo sie morgens auf die Motorhaube draufhauen oder ständig die Polizei, Strafzettel verteilt. Das hörte sich schon echt übel an. Das hatte ich zum Glück nicht so erlebt. Danach in Montenegro, Albanien und jetzt in Griechenland habe ich keinerlei Probleme. Ich will dann jetzt noch nach Italien rüberfahren. Da soll es problematischer sein, wild zu campen. Und was ich gehört habe, dass es in Portugal und auch in Spanien ein wenig schwerer geworden ist. Portugal wollte ich eventuell nächsten Winter einmal begutachten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da hinfahre. Aber wenn, dann werde ich auf jeden Fall davon berichten. Und ansonsten war ich noch in Polen, Litauen, Tschechien, Schweden. Natürlich Frankreich habe ich bereits erwähnt. Schweiz, Österreich, England und noch einige Länder. Und habe ich nichts zu bemängeln. Da hatte ich nirgendwo Probleme bei. In England war es das Problem mit den Parkplätzen speziell. Da ganz England in Privatgrundstücke aufgeteilt ist. Das war für mich sehr, sehr skurril. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, weil Cäsar da mal dahin kam und dann das Land einfach aufgeteilt hat. Deswegen ist es dort schwer, einen guten Parkplatz zu finden. Und wenn man einen Parkplatz findet, dann ist das vielleicht in einer Bucht drin. Und man hat von morgens bis abends die Autos vorbeischießen. Das war schon übel. Aber ich hatte keine Probleme mit Leuten, die mich verscheuchen wollten oder sowas. Da muss man sich vorher vielleicht ein bisschen informieren. Einfach mal googeln, Land, Wildcampen eingeben. Und es gibt unzählige Foren, wo dann die richtigen Informationen aufgelistet sind. So, und zu guter Letzt möchte ich euch noch von meinen größten Fehlern und Problemen berichten, die ich bezüglich Stellplätze oder Parkplätze hatte. Das erste Problem, oder besser gesagt Phänomen, das ich hatte, war das Phänomen der Tür aufreißenden Omas. Das hat bei mir relativ früh angefangen. Omas kommen vorbei und reißen einfach die Tür auf und gucken rein. Wie passiert sowas? Am Anfang habe ich per Open Street mit Parkplätzen herausgesucht, die so nah an Naturschutzgebieten und Wäldern und tollen Seen und Flüssen waren, wie es nur ging. Und ich bin dann dort ein paar Tage geblieben. Und die Omas kamen immer von Häusern, die in Sichtweite standen, haben die Tür aufgerissen, weil sie einfach gesehen haben, dass da ein Transporter ein paar Tage rumsteht. Und die wollten auf eigene Faust das Ganze inspizieren. Nur die Omis, die wissen halt, die können sowas abziehen, ohne mal in die Fresse zu bekommen. Also machen sie es einfach. Sehr gut. Dann gab es natürlich noch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Einmal in meiner Heimatstadt, da stand ich etwas weiter außerhalb auf einem Berg. Da waren auch Häuser in der Nähe, ich nehme an, die haben die Polizei gerufen. Haben gefragt, was ich da mache. Haben mich gebeten weiterzufahren, da es sich auch um eine Handliegerstraße handelte. Ja, dann bin ich weitergefahren und das war es eigentlich auch schon. Die nächste Polizeistory war in Polen. Da stand ich an einem tollen See in einem Waldstückchen. Da habe ich im Auto dann laut Musik über Kopfhörer gehört und nicht gemerkt, dass die geklopft haben. Die haben gerüttelt und versucht, die Türen aufzureißen. Ich habe es dann über die Vibration des Fahrzeugs gemerkt, dass da jemand draußen ist. Macht die Tür auf und die waren total aggro, weil die dachten, ich würde, weiß nicht, ich weiß nicht, warum die so aggro waren. Als die dann gesehen haben, dass da eine Bude drin war, haben die plötzlich ihr Regiebuch im Kopf verloren und waren auch total baff und haben mich dann auch da gelassen. Ich nehme an, der Ort war für die polnische Polizei ein bisschen zu suspekt, an dem ich da stand. Die nächsthöhere Eskalationsstufe waren dann tatsächlich Auseinandersetzungen mit dem Militär. Falls euch das mal passiert, braucht ihr gar nicht aufgeregt sein. Das war einmal in Schweden bei Karlshahn in der Nähe. Und zwar hatten die dort riesige U-Boote in dem Militärhafen und ich habe in der Nähe von einer Kaserne übernachtet. Und die kamen vorbei und haben Fotos gemacht. Als ich das gesehen habe, habe ich natürlich sofort die Tür aufgerissen, habe gefragt, ob alles okay ist. Und die meinten, ja, ja, wir machen nur Fotos, um die Umgebung zu dokumentieren. Wenn die Fotos von etwas machen, dann ist das nicht in Ordnung. Deswegen bin ich da einfach weitergefahren. Und das zweite Mal war mit dem polnischen Militär, als ich an der russischen Grenze zu Kaliningrad war. Da habe ich ungefähr einen Kilometer von der Grenze übernachtet und das war nicht okay. Die sind abends vorbeigekommen, haben meine kompletten Dokumente durchschaut. Ich habe denen angeboten, wegzufahren. Die sagten, nö, sie können hier übernachten. Am nächsten Tag bin ich wach geworden, wurde nochmal komplett überprüft. Da war dann ein hochrangiger Offizier mit dabei, der dann sagte, Mr. Tobias, ich würde Ihnen raten, dass Sie weiterfahren. Und beim Weiterfahren habe ich gemerkt, dass die mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen sich um mein Fahrzeug herumgestellt haben und mich quasi die ganze Nacht überwacht haben. Also ich nehme an, da stand ich tatsächlich schon mit einem Fuß im Knast. Übernachten an Grenzen, besonders bei Ländern, mit denen wir irgendwie Konflikte haben, würde ich nicht empfehlen. So zum Übernachten hat er mir empfohlen, mehrere Kilometer Abstand zur Grenze zu halten. Ja und zu guter Letzt waren natürlich auch noch die Einbrüche oder die versuchten Einbrüche bei mir. Ziemlich beschissene Situationen, die ich hatte. Das war einmal in Tschechien, in Telsch. Da stand ich weiter weg von der Stadt auch mehrere Tage. Genauer beschrieben habe ich das in dem Sicherheitsvideo. Genau wie die zwei anderen versuchten Einbrüche. Das waren dann beides in Südfrankreich. Einmal genau in der Mitte der Côte d'Azur und einmal in der Nähe von Marseille, wo es bekanntlicherweise viel Kriminalität gibt. Und nochmal würde ich mich an so kriminellen Ecken nicht aufhalten. Das lohnt sich in der Regel einfach nicht. Ja, endlich. Mich freut es gewaltig, dass ich das Thema endlich ausbreiten konnte. Die Wahl des Parkplatzes ist natürlich super wichtig. Und ich denke, ich habe alles angesprochen. Falls ihr noch irgendwelche Methoden oder Tipps oder irgendetwas habt, schreibt mich auf jeden Fall an. Mich interessiert das alles brennend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendetwas daraus ziehen. Ich habe das wirklich sehr genossen, die einzelnen Methoden nochmal zu machen. Ich genieße es auch gerade hier so komplett wild zu stehen. Wie bereits erwähnt, mache ich definitiv noch ein Video zu dem Thema Stealth Camper. Ja oder nein? Ich will auch ein Video zum Thema Solo-Reisen machen. Was man da beachten muss, wie das so ist, warum man Solo reist. Noch eine kleine Sache. Ich will auch unbedingt ein Video mit Fragen und Antworten machen. Ich habe schon eine Menge von Kommentaren zusammengesammelt. Falls du noch irgendwelche Fragen zum Thema Vanlife oder Kommentar hast, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, das zu schreiben. Ich werde jetzt Richtung Türkei weiterfahren. Danach drehe ich um, fahre über Albanien mit dem Tuka-Boot nach Italien rüber, nördlich nach Deutschland, woraufhin ich dann Richtung Baltikum fahren werde. Schön nach Estland und dann durch Polen wieder zurück einmal alles anschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag. Ich grüße euch aus Griechenland und sage wie immer, wir sehen uns unterwegs.